Lifty und Scoop, die Roboter und Lea, machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na Leo ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, Leo, Leo der Lastwagen. Schau mal, in der Nähe des Flussufers ist ein kleines Boot. Das sind die Roboter. Sie angeln. Oh je, sie haben noch nichts gefangen. Die Roboter langweilen sich. Sie sind des Wartens müde. Oh, da sind Fische. Schau mal, blauer Roboter. Hey, wir müssen darüber, aufs offene Meer, weg vom Ufer. Der blaue Roboter springt vor Freude. Ruderhart Backbord. Jetzt angeln die Roboter an der richtigen Stelle. Aber die Fische beißen immer noch nicht an. Und es wird dunkel. Es ist Nacht geworden. Zeit, nach Hause zu gehen. Aber in welche Richtung? Man sieht hier überhaupt nichts. Unsere Freunde fahren mit ihren ferngesteuerten Autos ein Rennen. Mal sehen, wessen Auto als erstes durchs Ziel fährt. Haha, ich bin schneller. Wir werden sehen. Leas Auto beschleunigt. Oh, ein Unfall. Der rote Roboter ist zu seinen Freunden gekommen. Er versucht, ihnen was zu erklären. Roboter, was ist denn los? Ist doch egal. Er hat das Rennen ruiniert. Ich hätte sowieso gewonnen. Freunde, der Roboter braucht eure Hilfe. Seine Freunde sind vom Angeln nicht zurückgekommen. Ihr müsst sie suchen. Gehen wir und retten die Roboter. Fahrt mir nach. Unsere Freunde fahren ans Flussufer. Dahin, wo die Roboter geangelt haben. Sie sind nicht hier. Lasst uns den Hügel hochfahren. Gute Idee, Lifty. Von da oben seht ihr mehr. Haha, da drüben sind sie. Die Roboter sind eingeschlafen. Und die Strömung hat das Boot zur Insel getrieben. Und die Roboter wollen nicht aufwachen. Gehen wir und retten sie. Ja, geht und weckt sie auf. Und wir bauen einen Leuchtturm. Damit niemand mehr auf offene See verloren geht. Leuchttürme strahlen nachts ein helles Licht aus, sodass Boote auch im Dunkeln wissen, in welche Richtung sie schippern müssen. Das ist das Fundament des Leuchtturms. Ein Aufzug, um nach oben zu fahren. Der Turm besteht aus mehreren Ebenen. Das wird ein hoher Turm. Auf die Plattform kommt ein kleines rotes Türmchen und die Befestigungsplatte für die Lampe. An den Rand kommt ein lilafarbenes Geländer, damit niemand runterfallen kann. Eine Türe für die Plattform und ein großes Fenster. Eine Lampe, die sich dreht. Da kommt die Glühbirne rein. Um die Lampe herum stellen wir Glasabdeckungen auf und zum Schluss ein rundes Dach. Prima, Scoop und Lifty haben die Roboter gerettet. Alle sind wohl auf. Aber die Roboter haben leider nichts gefangen. Wir haben einen Leuchtturm gebaut. Schaltet ihn ein. Die Roboter wollen das Licht einschalten. Sie fahren mit dem Aufzug nach oben. Man legt den Hebel um. Hm, die Lampe dreht sich, strahlt aber kein Licht aus. Wir haben die Glühbirne vergessen. Zum Glück hat Lifty welche gebracht. Welche ist am größten? Na die hier. Dankeschön, Lifty. Die Roboter bringen die Glühbirne nach oben. Dann schrauben wir sie rein. Prima. Roboter, schalte das Licht ein. Es funktioniert. Ah, das ist ja schön. Der Leuchtturm, den unsere Freunde gebaut haben, strahlt ganz hell. Jetzt werden Boote und Schiffe auch bei Nacht wissen, wo das Ufer ist. Man kann auch nachts fischen. Ja, Scoop. Der Leuchtturm scheint so hell, dass man die Fische, die Angelruten und das Ufer sehen kann. Oh, was? Der rote Roboter hält das für keine gute Idee. judgments Dorie. Ja, das Schiffe auch. Nein,BERTy. Ja, center. volontos. Haha. Vielen Dank.